Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meiner Rezepte. Ich habe für euch wieder eine leckere Woche vorbereitet und zwar möchte ich euch demnächst zeigen welche Trends in der Türkei gibt. Was ist jetzt in welche Rezepte gibt es die ihr noch nicht gesehen habt oder die ihr noch nicht kennt und das möchte ich euch einmal zeigen. Habt ihr schon mal einen nassen Hamburger gegessen? Dann müsst ihr das unbedingt mal ausprobieren. Dann gibt es Atomtoast. Habt ihr davon mal was gehört? Atomtoast, das ist richtig bombig. Der Name sagt schon aus was da nicht alles reinkommt. Das zeige ich euch auch noch mal. Und Schokodöner. Hat irgendjemand von euch mal von Schokodöner gehört oder gegessen? Also wenn ihr das noch nicht kennt, das müsst ihr unbedingt mal ausprobiert haben und könnt das natürlich auch zu hause machen. Und dann gibt es von mir Waffel Rezept. Waffel aber nicht so wie wir den kennen, sondern richtig bombig. In der Türkei werden Waffel mit viel Schokolade und Obst gefüllt und dann viel Schokolade darüber. Das müsst ihr unbedingt auch mal gegessen haben. Kennt ihr das Getränk Zahleb? Also im Winter wird in der Türkei nur Zahleb verkauft. Aber das Rezept ist anders als normale. Sondern ein bisschen umgewandelt. Zahleb müsst ihr unbedingt auch mal getrunken haben. Und manchmal ganz anders. Und Kartoffelspiralen. Okay. Bis zum nächsten Mal.